Hi, ich bin der Brani vom Autohaus Sieber und zeige euch heute unsere Astra Limousine. Das Fahrzeug hat keine 7000 km drauf, die Erstzulassung war im Jahr 2020 und das Auto hat knapp 150 PS. Ihr bekommt das Auto in einer sehr sehr guten Ausstattung. Ihr habt Rückfahrkamera, Sitzheizung, Lenkradheizung, Verkehrszeichenerkennung, alles was das Herz begehrt. Wenn ihr Interesse an dem Auto habt, kommt gerne vorbei, macht eine Probefahrt. Wir freuen uns auf euch.